Okay! Also zuerst... Schauen wir mal, Waffen-Upgrades... Äh, wo war denn der Gnom nochmal? Gnomi-Line! Der war unten, nicht oben. Upgrade meine Waffe, los! Macht mich ungesiegbar! Warte! Warte! Boah, jetzt hab ich die ultimative Wanner-Schwertwaffe. Voll geil! oder das ist doch die letzte stufe jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 ja hey mir fehlt nur noch 1 2 3 4 von hiphop aus zwei stück flügelbogen und groß axt ein stück wo krieg ich sie mach ich nicht gib sie mehr die drei stück fehlen hier noch vier nicht drei vier wir fehlen ja mir fehlen auch spielstück ah cool drei stück für den drei vom halsschuh und eine von axt ich kaufe mir zuerst einmal noch ein paar kleinigkeiten kämpfst du gegen die gegner oder ja ja warum was soll das so spielt man das spielen ja dafür sind sie da du darfst nicht gegen die gegner kämpfen wie habt ihr nichts getan jetzt gehe ich schon wieder aus dem raum raus ja ok war nach festung wo war denn der er fliegt doch hier irgendwo ach da ich sehe es ich gehe direkt in die festung reiner sonst gibt es hier keine sequels gut das solle wer greift nicht der jetzt antwort was war das aber die enten machen ja kein schaden was geht denn jetzt aber warum macht mir keine hoffnung APHAS 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 SACH Hkien Ich möchte ihn hervorrunde! Los geht's! Los geht's! Ich will nicht mehr wissen, was ich nicht mehr wissen! Ich will nicht mehr wissen, was ich nicht mehr wissen! Ich habe die Eule getötet. Ich bin ein Momo, genau. Oh ja, Ninja, komm her. Ich bin ein Ninja, komm her. Ich bin ein Ninja, komm her. Ich bin ein Momo, genau. Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig, bitte. Ich bin ein wenig. Schnell, komm her! Oh, ich muss nicht wissen, was ich nicht weiß! Oh, ich muss nicht wissen, was ich nicht weiß! Das Schwert ist der Burner. Wo kriegst du alles hin? Ja! Ich bin voll geil! Ich verfehle nicht mehr! Oh, jetzt habe ich verfehlt. Mal den Teufel nicht an die Watt, Wusti! Okay. Ich habe ein Ort erhalten. Blaue Krabben, blaue Krabben! Ich bin voll geil! Warum habe ich so eine Drachenlanze? Oh, die Lanze, ne? Ja. Ich hatte die Lanze auf, als ich das schon angebracht hatte, gekriegt. Jetzt ist die Leuchte, das Rot auf der Helmstoppel, oder? Okay. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Nein! Ich bin voll geil! Voll wie geile Musik hier! Und... Weil es doch nicht so ist! Ich bin voll geil. Ich bin voll geil. Und... ... Was ist das? Na ja, jetzt! Hup! 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 Ach ich... Ach so, warte mal. Lanze? Nee. Hier das da... Nicht? Hä? Wie komme ich auf die andere... Ah, okay, jetzt geht's. Das ist gut. Okay, ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr schlafen kann Okay, ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr schlafen kann Ich bin nicht so schön! Hehehe! Ich bin nicht so schön! Ich bin nicht so schön! Ich bin nicht so schön! Das war's für mich. Das war's für heute. Okay, wie geht's denn dann? Was? Was? Was geht? Weißer, alles ist nicht frisch. Geh mal. Ich bin gerade genommen, ob ich da vorne irgendetwas war. Und schon einen Bosskampf gehabt? Bin ich jetzt. Oh, nein. Nicht, dass ich bis denn höre. Ob ich hier keinen Weg habe. Weiter. Was Aim. Von seit 2. In Sinan habe er mich frei. Oh, ich sehe mich da vorne. Alai! Ich unter PAI. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich bewe' mich drauf. Wist du was insgesamt abissez gestellt! Boah, ich hoffe, ich laufe hier richtig, ey. Oh, oh, oh. Okay. Ich würde dem einen die große Sack passen. Geh aus dem Weg, Bruder. Geh aus dem Weg! Ah, okay, da komme ich nicht durch. Ah, da komme ich nicht weiter. Verdammt. Muss ich vielleicht irgendwas aktivieren? Na, mal gucken. In dem Fall, Kristalle kannst du mit der Axtkarte kommen. Ja, die habe ich schon gesehen. Alle Kristalle? Ja, da gibt es einen rum, da muss ich den Weg damit frei fahren. Ah, die habe ich schon gemacht. Okay. Glaube ich. Aber die normalen rosenen Kristalle nicht, ne? Die sind für die Fightche. Aber da, die sind für die Fightche, genau. Also, die sind die aus dem Weg. Ich glaube, ich will was nicht zurchter. Oh, ich bin hier. Nein. Und ich bin hier. Nein. Also, ich bin hier bis jetzt. Ich bin hier. Das war's für mich. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr weiß. Das ist alles! Was ist das? Das ist das! 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 Es ist okay, ich weiß nicht, ich schieße die. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ist er geht? Ist er geht? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah, jetzt bin ich in dem Raum, wo die ganzen Kristalle sind. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hm. Kriege ich den Ballon, wenn ich alle kaputt habe? Hm. Hm. Hm, ich weiß nicht, wie ich alles... Ist da mal ein Erfolg oder so? Ne, ne. Keine Ahnung? Einen unnötigen Erfolg. Also irgendwie habe ich jetzt 10.000 Geben, nein, ich weiß nicht, wie lange. Jetzt habe ich alle Kristalle wieder aktiviert, lol. Jetzt bin ich irgendwo, wenn ich... Ich wer weiß. Ich weiß nicht, dass ich nicht weiß. Mhm. Eee, ich habe das Gefühl. Ich bin jetzt! Das war's für heute. Das war's für heute. Alter, ey. Oh, Boss. Oh, scheiß Fledermaus, geh weg. Hä, wo ist er hin? Geh nicht weg, komm näher. Ich sehe nicht, wie viel Schaden er bekommt. Das ist so nervig. Ist jetzt bei ihm? Ja? Ich mache nichts, was ich weiß nicht, dass ich weiß nicht. Aber cremig war natürlich nicht. Licht? Ja, das ist eine Pumpung. Moment. Mizuo! 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 Ich bin noch bereit, ja. Oh, oh, oh. Ich bin noch bereit. Oh, ich bin noch bereit. Also, wenn man schön alle Ton aufmachen, die sich natürlich bei dir zu machen. Okay, ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Veil w interested. Inhale. Oh, oh, oh. Ich will. Endles et rassistan. Will-O-Wisp! Saint Beam! Halt! 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 Will-O-Wisp! Saint Beam! Halt! 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 Saint Beam! Halt! Halt! Yay, Vampyr-Lord tot! Nyaa... Bisschen fett, das muss immer noch die Zauber draufkennen. Halt! Er lief am Ende! Bravo! Ja! Ähm... Was kommt denn nach Vampirlord? Wo muss ich jetzt hin? Ja, da kommt ja wieder so ein Blut neben dem Stern. Ich weiß gar nicht, ob... Oh Gott, da sind zwei Wege. Scheiße. Welche Richtung bist du denn gegangen? Nach Vampirlord. Ich muss nicht, dann entwickle ich so einen Weg. Dann muss es... Wie soll es sein? Ah, jetzt habe ich mich verklickt. Oh Mann. Verklickt, äh... Nicht verklickt. Wie nennt man das? Falsch getreten. Ach, scheiß Rock. Scheiß Deutsche. Deutschsprache. Das wäre auch nicht so wirklich. Früher ist es 140, da kann ich mir nichts vorstellen. Ich gehe mal rechts. Ja, ich habe es rausgefunden. Oh Gott. Ich gehe mal rechts. Ich gehe mal rechts. Ich gehe mal links. Ich gehe mal rechts. Ist es wirklich fonctionbar da? Ja. Ja. Wieso sind die Gegner hier so schwach? Das macht mir Angst. Die machen ja keinen Schaden. Oh nein, Mana sauger. Nein, gegen die kämpfe ich nicht. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Raus, 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 raus. Oh nein, welche Richtung muss ich gehen? Fuck. Nein. Geh mir aus dem Weg, du. Ich will nix mit Mana sauger zu tun haben. Eieieiei. Oh, wieder ein Boss. Diese Schleimpolze? Ja. Ähm, mit Indro. Undra. Oh. Dunkle Macht. Dacken. Ich bin, aber nicht. Ich bin, ich bin jetzt. Ich bin. Undra. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Hä? Wieso verfehlt da mein Schwert? Hä? Wieso verfehlt da mein Schwert? Echt! Hol' wir auf den Garten. Schade! Dark Force! Geht's! Schei! Hol' wir auf den Garten. Schade! Dark Force! Guck's! Dark Force! Echt! Echt! Guck's! Echt! Echt! Daerck Force! Acht! Echt! Das war's für heute. Nein, du kriegst du auch zu viel. Ja, das war's. Jetzt kriege ich sogar eine magische Rüstung. Okay, Viscoschreiben besiegt. Alter. Alter. Warte mal, wo muss ich dir jetzt entlang? Hä? Im Endeffekt gibt es einen Weg. Irgendwer的是 Hopkins so美元 piggybacken. Aber ich bin ja immer wiedergegangen, aber im Endeffekt ist es so einig. Äh. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr schreien kann! Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr schreien kann! ... Das war's für mich. Ja, 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 ko-ko-jumbo. Das war's für heute. Und über! Und über! Sigh... 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 Ich bin nicht so schnell, zu spüren! Ich bin nicht so schnell, zu spüren! Ich bin jetzt auf den Hearthquake! Das ist ein sehr langer Weg. 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 Das ist ein sehr langer Weg.